Und wir müssen uns ein gutes Versteck suchen. Was nicht jeder direkt finden wird und wo wir gut Materialien herkriegen. Das heißt, Gebirge ist eigentlich, die Gebirge ist eigentlich ganz nice. Da sind die roten Bären, die sind auch ganz wichtig, die roten Bären da hinten. Oh, oh. Aua. Komm, spring. Sei keine Pussy und spring, du. Och, der hüpft da hinten rum. Also, guck mal, da hätten auch schon jemand ein Holzhaus gebaut. I'm injured. Wenn du überlegst, guck mal, komm mal her. Komm, wieder hin, jetzt. Wie der rennt, Alter. Der ist voll am Schleichen. So, und da fängt es an. Das ist alles für ein Häuschen zu bauen. Das heißt, du brauchst... Du brauchst erst die Fundamente. Am besten vier Stück. Das heißt, 8, 16, 24 müssen wir an Blanks machen. Ja, du musst noch weiter hochgehen, weiter hochgehen. Und da kommt irgendwo bei Gun Powers, auch Ressource. Bei Ressource. Und da kannst du unten noch, das geht schneller, wenn du Shift und dann Plus drückst, dann macht der direkt große Schritte. Zehner-Schritte, glaube ich. Also, ich kann jetzt 26 Stück herstellen. Und das dauert bei mir jetzt echt 20 Sekunden. Pass auf, ich mach jetzt mal, pass auf. Du kannst bauen gleich. Wir brauchen diese Pillar, also die Pfeiler. Wir brauchen Fundamente. Dann mach ich mal vier Stück. Oh, ich kann nur drei bauen, das ist immer scheiße. Drei ist eine schöne, scheiße Zahl. Wie viel kannst du... Was, ein Fundament? Dann lass mich die drei machen, dann setze ich die drei hin. Ja, dann brauchen wir schon wieder Holz für die Dings, für die Pfeiler. Du kannst nur zwischen Pfeiler und Pfeiler, kannst du eine Holzwand hinstellen. Zwischen Pfeiler und Pfeiler kannst du dann die Türrahmen setzen. Und im Türrahmen kannst du nur eine Holztür reinsetzen. Das ist ziemlich kom... Ja. Wollen wir nicht einfach erst mal eine einfache... Nee, haben wir ja schon gehabt. Boah, ich muss 60 Sekunden warten. Aha. Ich seh auch nichts mehr. Ah, ich seh aber deinen Namen. Haha, dein Name. Hi. Oh. Oh mein Gott, mach wieder aus. Nein! Oh, Gott sei Dank. Oh. Nein, ich bin gebückt. Hingefallen, Klatsch. Das zeigt halt eben so aus. Ich hab keine Fakke. Mach mal die Fakke an. Mein ist leer. Du hast mich ausgenutzt. Ja. So. So, Achtung. Guck mal bitte auf meinen Namen. Mach aus. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich hab mich auch bewegt. Wo willst du hin? So, okay. Meine Dings sind fertig gecraftet. Ich habe jetzt... Nee, meins ist noch nicht gecraftet. Nein. Warte, ähm... Wie viele Pfeiler könntest du herstellen? Mach mal grad die Fackel bitte an, damit ich was seh. Boah, das ist echt eine blöde Gegend hier gerade. Ich mach Pfeiler. Ja. Ich bin grad überlegen, ob zwei... Was war das denn? Äh? Ey, der macht das kaputt. Ist der behindert? Wer? Was war das denn? Alle meine drei Dinger sind im Arsch gegangen. Oh. Ich glaub, das ist ein Bug bei denen. Oh nein. Warum geht das nicht? Ich wollte das Fundament setzen und ich hab's gesetzt und ist direkt auseinander gefallen. Obwohl's grün war. Aber warum? Jetzt hab ich... Ey, ich hab grad... Oh. Das ist doch behindert jetzt. Wenn das gleich wieder passiert, dann ist das ein Fehler. Äh, warte mal. Bevor wir jetzt in verschiedene Richtungen im Dunkeln laufen. Zeige mir, wo du bist. Was war das denn? Hi. Ah, da hinten. Oder Folge meiner Stimme, Folge meiner Stimme, Folge meiner Stimme, Folge meiner Stimme, 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 Stimme. Stimme, 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 Stimme. Hä? femmmmmmmmmm. So. Da bist du. Ich brauch was zu essen. Wie viel hast du noch an Energie und wie viel hast du noch an Essen dabei? Also wie viel Food? Ich sag ja, zu Food sag ich, das ist ja auch an Energie. Ja, 1.174. Wie viel hast du noch an Essen in der Tasche? Gar nichts mehr, hm? Gar nichts mehr. Scheiße, ich bin gleich kaputt. Ich brauch's zu fressen. Wir können zwar den Wolf killen, aber ich glaub nicht, dass wir das schaffen. Der ist schwarz. Ich würde immer sagen, hallo und herzlich willkommen zu nem kleinen Livestream hier. Ach so, hast du Zuschauer? Nein, ich sag einfach mal hallo. Ach, sag einfach mal hallo. Hallo, auch von mir. Gute, grüßt euch. Ihr Nicht-Daseiner. Ah, mitz, mitz, mitz. Ja, das ist, äh, man... Mit Facecam. Mit Facecam zum Beispiel. Oha. Oha. Ich zeig mein Gesicht nicht. Ich bleib anonym. Anonymous. Äh, ich brauch was zu fressen, sonst bin ich gleich kaputt. 392 hab ich nur noch. Hier ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich hab auch nur zwei Zuschauer, dich und mich. Nee, ich hab, ich hab abgeschaltet. Du hast bei mir abgeschaltet, dann hab ich... Das geile ist, Game Capture hat mir eben drei angezeigt. Und im Livestream sind... Two... Ich hab meinen Livestream persönlich gar nicht offen, ehrlich gesagt. Nein? Ich hab meinen eigenen an. Für den Chat wär das aber gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, es gibt auch manche Dinge, die haben sogar einen Chat selbst nochmal bei sich irgendwie. Die können doch was einblenden. Ich muss halt mal den Download hier beenden. Rust ist super, Rust ist toll. Rust macht Spaß, das ist doch toll. Äh, ich brauch jetzt was zu fressen, sonst sterb ich gleich. Oh ja. Du stehst ja ganz hinten. Ich muss mal ein bisschen über die Klippen gucken, weil ich bin gleich Mulu und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und wenn ich laufe, unterstützt das Ganze auch nicht. Da ist ein Schwein. Alter, da ist ein Schwein. Dann müssen wir mit zwei Mann drauf. Komm, beeil dich. Allein krieg ich dir nicht so schnell Mulu. Das sind sogar zwei Schweine. Hast du noch Holz für ein Campfeuer zu bauen? Äh, Campfeuer zu bauen. Ein Camp zu bauen? Ähm, weiß ich nicht. Weil die müssen direkt das Fleisch braten. Oh oh. Oh, jetzt die Knarre geladen. Alter, baff. Mit einem Headshot wäre das Ding direkt Mulu. Oder wir hätten uns wenigstens mal Pfeil und Bogen bauen können oder sowas. Wenn du rennst, rennt das Ding immer weiter. Du musst dann ein bisschen schleichen. Ich stehe in dem Ding drinnen. Ja, das ist immer... Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selber treffen. Jetzt draufhauen einfach. Zwei Animal, was? Zwei Clothes. Zwei Animal Fels. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns noch schnell ein Dings bauen. Ein Campfeuer. Das baue ich gerade mal schnell. Ich würde mir sagen, wir bleiben hier, Alter. Hier sieht es nicht schlecht aus. Ja, mach. Lass mal. Wir müssen eine gerade Fläche finden. Ich hoffe nicht, dass die Dinger wieder im Arsch gehen. Gut, bleib mal so, bleib mal so. Ja, lass dir mal warme Eier machen. Ich bin kein Stream gerade. Bei mir nicht. Das liegt aber daran, dass ich zwei Streams machen habe. Ja, das liegt bei dir dran, aber nicht an meinem. Beleidige nicht, mein Stream, Alter. Da verstehe ich keinen Spaß drin. Ja, es leckt gerade sowohl meine als auch dein. Das gibt mein neues Thumbnail. Das sage ich dir. Ich würde ja jetzt dieben gerne in deinen Stream einblenden, aber ich bin zu faul dazu. Das gesehen jetzt, ja? Komm, hey, du blöde Sau. Komm, ja. Ich würde wieder meinen Stream aufmachen, damit ich einen Chat habe. Bei mir ist noch nicht viel, wie gesagt. Bei mir bin nur ich der einzigste Zuschauer. Ich hab die Sau, ich hab die Sau, ich hab die blöde Sau. Jawohl, du kleine Dreckschau. So was ist doch schön. So was ist doch nice. So. Boah, Alter, das hat mich wieder voll Nahrung gekostet. Sag, bist du gerade übers Feuer am Kotzen, oder was? Nein. Das sieht so aus, als ob du am Kotzen wärst. Bin gerade nur am gucken, was das hier drin ist. Also, Moment mal. Ich hab jetzt hier zwei Animal Fett. Das Fett kannst du nicht benutzen, beeil dich mal gerade. Ich muss an das Fleisch dran, sonst bin ich verhungert. Ich hab nur 458 Essen Hunger. Nein, ich hab 3038. So, ich hab aber schon wieder was neues Essen gefunden. Das mach ich rein, das kannst du danach haben. Oder können wir auch... Das können wir gleich aufteilen, dann aber dann. So, ich würd mal sagen... Ja, das mit den Dingern ist mir jetzt mal ein bisschen aufs Herz geschlagen, dass die gerade kaputt gegangen sind. Weil das dauert schon, bis man die hergestellt hat. Die Penner. Das ist nämlich... Man kann da ein Riesengebäude draus bauen. Und jetzt hat er mir meine Fundamente im Arsch gemacht. Das gefällt mir gar nicht. So wie... Ne, das ist bestimmt ein Fehler jetzt, seit dem Neuesten. Aha. Einen B-U-U-G. Einen B-U-U-G. Einen Bug. Einen Bug. Richtig, einen Bug. Bucke. Kennst du Bucke? Der ist so stumpf. Scheiße, ich brauch noch Woodblanks. Ohne Woodblanks kann ich nichts mehr machen. Vier Stück brauch ich noch. Und es wird schon wieder dunkel. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Scheiße, behindert. Scheiße, behindert. Voll doof. Nee, äh, nee. Ich sag's nicht. Lass es sein. Mein Stuhl quietscht. Oh. Hoppala. Ey, wir müssen Holz finden, gell? Hast du gehört? Mein Guter. Hä? Was mach ich gerade? Ich weiß nicht, wo bist du denn? Ich farme Holz. Achso, achso, achso. Und eigentlich würde ich gern Pfeil und Bogen bauen, das ist aber eigentlich voll unnötig. Oder ein Revolver. Ein Revolver braucht aber Metallfragmente. Eine Axt braucht 20 Wood. Wir haben schon Metallfragmente. Ja, hab ich auch. Ich hab auch 20. Aber die Piff-Paff, die braucht voll blöde, diese Pipe-Shutgun, die braucht ganz blöde Munition, die musst du dann auch ganz komisch herstellen. Und aus Handschalt mit Gunpower und hast du nicht gesehen. Und da hinten ist jetzt gerade ein Reh. Oder ein Jägermeister. Ein Jägermeister. Hast du... Wennst du, da bist du eher der Jägermeister. Ja, das sowieso. Sag mal, hast du Zuschauer bei dir im Livestream schon? Äh, einen. Dich selber, also. Im vorigen Stand da war zwei. Bei mir auch ab und zu mal. Lol, ich darf den auch wieder aktualisieren. Wen darfst du aktualisieren? Livestream Deutsch. Call of Duty Modern Warfare 2 rausnehmen. Rust. Rust. Russen. Rust. Doppelpunkt. Arschlecken. Doppelpunkt. Etzo. Das war klar, dass das jetzt kommt. Ähm. Alter, unser Campfeuer ist aus. Es ist dunkel und ich weiß nicht, wo ich bin. Scheiße. Ich merke gerade, meine Haare stehen unter dem Headset voll ab. Ja. So ne Scheiße. Merkst du, ich hab meinen Riesling schon eigentlich ja schon leer getrunken, sonst würde ich jetzt überhaupt was trinken. Riesling? Trinkst du Riesling? Ja. Du musst mich verarschen jetzt, oder was? Hallo? Ich hab das Alter erreicht zu trinken. Aber Riesling. Junge. Hör da rauf mit Riesling. Rieslingsscholle. Alter, jetzt kommen wir nicht mit Rieslingsscholle. Gleich kommst du mir an mit Aldi Wein. Alter. So, Rieslingsscholle. Was willst du mit Rieslingsscholle, wenn ich dich mal fragen darf? Da musst ein ordentliches Bitburger Cola oder Jäger. Jägermeister, Alter. Ne, so hart von mir anfangen. Ich bin nicht so der Biertrinker. Ja, aber mit Cola gemischt. Mit Cola? Ja. Cola-Bier. Kennst du das nicht? Leberverarsche auch genannt. Weißt du, ich stehe jetzt hier im Walde, im Dunkeln und ich höre dich. Hey, wo bist du? Ich stehe im Walde, ganz still und stumm. Da kommt der böse Mezzo und haut dich um. Wo bist du jetzt? Bis zum nächsten Mal.